Oh, die neue Map. Das erste Mal, dass ich die Map als Killer habe. Oh, die neue Map. Schon ein bisschen verwirrend hier als Killer, muss ich sagen. Okay. 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 Alle hier. So. Sie wollt's ja nicht anders. Selber schuld. Tja. Chichiratsu. Hehe. Wow. Wow. Guck's dir an, wie die... Die läuft sogar einfach vorbei, ohne sich Sorgen zu machen. Unglaublich. Vorleiden. So nicht. Ja. Hallo Greggelange und hi Mookie. Geht's euch? Geht's euch. Ah ok. Ja. Keine Ahnung was die vorhat. Geht's auf jeden Fall was Blödsinn. Geht's euch. Geht's euch. Geht's euch. Geht's euch. mhm mhm so ja, wenn der Taschenlager beruhigt, ist das absoluter Blödsinn gewesen keine Ahnung, was die vorhat, auf jeden Fall war es Quatsch ich tippe mal das Tor dürfte schon auf sein, ne noch nicht seit andere dafür geh ich mir von aus naja also, das nach oben gucken, das hilft und von Craggelange, sowie von Black Psycho, vielen lieben Dank erstmal für den Loot Loot Nummer 1 von Craggelange und Loot Smiley von Black Psycho vielen lieben Dank ja am Ausgang, was aber alles da am Ausgang ist das noch nix mehr Neues da kriegen sie alle die Geier die sie vorher nicht haben den hab ich die ganze Runde nicht gesehen ja doch, ich glaub der war in diesem komischen Häuschen drin und hat den Gender gemacht tipp ich mal drauf nur die zwei Klödias, die haben es ein bisschen übertrieben mit dem vor mir herlaufen und abhängen da darum ist die eine auch gestorben gropammer hallöjen auch an dich, Crank Crack, nicht Crank und Mucki, einen schönen Dienstag ich hoffe, euch geht's allen gut oh ja, immer, selber, ja, bin heute ein bisschen müde aber sonst geht's auch ich lasse den da mal machen hoppa tja, Freundchen so dumm, wie du aussiehst, bin ich nicht unglaublich, wie dreist reicht nicht, Clev, oder Jeff, oder whatever so, sonst noch jemand ich bin gerade gut in Arbeit da wird gerade ein Haken frei schön abgefarmt ja, so, mal ganz ehrlich, die die machen es mir aber gerade auch echt einfach die machen hier, äh, keine Ahnung, was für eine Party auf jeden Fall bin ich mit von der Party, Kappa ich habe einen G3 dabei, von daher interessiert mich das Sabotieren überhaupt nicht ich habe einen G3 dabei, von daher